So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und heute ist Mittwoch. Heute kam eigentlich schon die Raider Mittwoch-Folge, deswegen das ist ein großes Ding. Ich wollte heute eigentlich gar nichts anderes machen, aber die GO Battle League ist zurück. Und ich habe schon ein Video gemacht, da habe ich eine Stunde gekämpft in der GO Battle League. Von Rang 1 bis Rang 5. Habe 14 Siege hintereinander geschafft, aber jeder hat gesagt, ja das ist ja langweilig, das waren ja alles nur Bots. Jetzt, wer spielt denn jetzt auf Rang 1? Niemand. Du musst dich mal den richtigen Gegnern stellen und ich konnte das ja die ganze Zeit nicht. Aber jetzt geht es wieder in der Hyperliga, die GO Battle League ist zurück. Wir wollen ganz kurz mal schauen, was ist denn jetzt anders, weil immer noch Probleme in der GO Battle League sind. Dieser Exploit ist immer noch nicht behoben, ist immer noch möglich mit bestimmten Apps. Ich habe keine Ahnung mit was und wie und wo. Nutzen viele natürlich aus. Trotzdem, die tägliche Anzahl der Sets ist jetzt von 5 auf 6 erhöht. Ihr könnt also jetzt 6 Sets spielen statt 5 Sets. Bis zum 30. Juni, oder muss ich mich aber beeilen, gibt es verbesserte Belohnungen. Ser Pivoi, Floing und Otaro wurden als Belohnungen entfernt. Das finde ich sehr gut, denn immer wenn ich eine Belohnung abgeholt habe, habe ich einen von den Stadern bekommen. Bei den Premium-Belohnungen werden für Sonderbonbons nur 4 Siege benötigt. Die Rangliste bleibt vorübergehend deaktiviert, während Niantic die Liga beobachtet. So. Um was es für Belohnungen gibt, hat jetzt hier die pokefans.net-Seite mal aufgeschlüsselt. Wir wollen mal kurz gucken. Wir gucken aber nur auf die Pokémon-Belohnungen. Rang 1, mögliche Belohnungen für den dritten Sieg. Ein garantiertes Metagross und dann auch Metagross. Die Premium-Belohnungen lassen wir jetzt mal aus, weil ich finde es unnötig, da Pässe einzuwerfen. Dann Rang 2, gibt es auch Metagross. Auf Rang 3, gibt es Metagross. Auf Rang 4, gibt es Flunschlick, Metagross, Tarnel, Panzer-Aeron. Die zwei können shiny sein. Einmal garantiert ein Flunschlick, weil das viele ja jetzt auch nehmen. Premium lassen wir wieder aus. Gucken wir mal auf Rang 5. Panzer-Aeron, Tarnel, Metagross, Flunschlick. Welcher fehlt? Ne, hä? Metagross, Tarnel. Achso, Flunschlick war oben zweimal drin, weil einmal garantiert. Egal, also zwei Shinies, ein Metagross, ein Flunschlick. Metagross, eigentlich trotzdem cool immer, um Bonbons zu farmen. Gerade so. Dann habt ihr Rang 6. Ist dasselbe immer noch. Panzer-Aeron, Tarnel, Metagross, Flunschlick. Premium lassen wir wieder aus. Jetzt wird es spannend, denn jetzt kommen wir in Rang 7. Ich bin momentan im Rang 7. Mein höchstes war ja bisher immer Rang 8. Wir gucken mal, ob wir überhaupt Rang 8 schaffen. Jetzt, wo alle Chida unterwegs sind. Da gibt es diesmal Labras-Shiny, Panzer-Aeron-Shiny, Lavitar-Shiny, Tarnel-Shiny, Metagross, Schilderus, Lichtl, Flunschlick, Capuno. Capuno und Lichtl, sehr cool, um Bonbons zu farmen. Metagross feiere ich immer noch. Lavitar, da mal einen Shiny rauszuziehen. Wäre auch nett. Also, es ist so genial, dass die Starter nicht mehr dabei sind, muss ich sagen. Premium gucken wir uns wieder nicht an. Dann Rang 8. Rang 8 habt ihr dasselbe wie Rang 7, nur dass auch Geronimatz mit dabei ist. Und ihr kriegt garantiert auf Rang 8 ein Geronimatz, wenn ihr eben diese drei Kämpfe gewinnt. Es waren ja früher vier Kämpfe. Jetzt sind es nur noch drei Kämpfe, die man gewinnen muss. Ich habe noch nie einen Geronimatz aus der GoBattle League bekommen. Deswegen ist das für mich besonders interessant, ob ich es schaffe, mal einen Geronimatz da rauszuziehen. So. Ich kam ja bis Rang 8 schon. Also, eigentlich müsste das klappen. Rang 9 haben wir dann auch. Die Basisbelohnungen, da seht ihr jetzt Zurokex. Zurokex ist plötzlich auf Rang 9 garantiert. Zurokex gab es sonst vorher. Jetzt gibt es erst auf Rang 9 Zurokex. Wird also noch schwieriger da ranzukommen. Aber ihr habt ja vielleicht die... Was war das? Visor? Nein. Diese eine Stunde mitgemacht. Da ist auf jeden Fall Zurokex. Konntet auch spawnen. Habt da mitgemacht. Wisst ihr alles Bescheid. Und das Heftigste natürlich auf Rang 10. Alles dabei. Kapuno, Geronimatz, Zurokex, Lichtl, Flunschlik, Schilderus, Metacross, Tane, Lavita, Panzer, Aeron, Labrason. Einmal garantiert dieses Restling Pikachu. Und ich frage nochmal. Wer bitte von euch hat schon das Frestler Pikachu? Schreibt es mal in die Kommentare. Das würde mich brennend interessieren. Vielleicht hat ja jemand auch zwei. Und mag mir mal eins abgeben. Vielleicht für ein legendäres oder so. Keine Ahnung. Weil Rang 10 werde ich wahrscheinlich nie erreichen. Ich finde es aber heftig. Vor allem hier... Wrestler Pikachu wäre mein Favorit. Würde ich gerne haben wollen. Aber da an ein zweites zu kommen ist natürlich... Auch wieder so eine Sache. Wir machen das jetzt hier mal weg. Wir machen das ja auch mal weg. Damit ihr schön diesen hässlichen Hintergrund seht und abgelenkt seid. Wir können aber was anderes machen. Und zwar den Ramses noch ein Stück größer ziehen. So, dass der schön am Handy mit dran hängt. Und dann gehen wir einfach mal direkt in die Go Battle League. So, auf Kämpfen. Und kämpfen mal ein bisschen. Mal gucken. Wir hatten jetzt eine Serie von 14. 315 Kämpfe. 165 Siege. Mal schauen, was uns jetzt erwartet in der Hyperliga. Ich habe immer noch hier mein Team mit Giratina, Lapras und Machomai. Damit habe ich eigentlich so gut wie... ...alles gemacht. Die ganze Zeit. Damit bin ich auch auf Rang 8 gekommen. Ich habe trotzdem mit 3H noch ein paar andere gebastelt. Ich habe mir auch mal einen Sumpex gemacht. Ich habe mir mal einen Tornupto gemacht und einen Impergator. Was ich noch hätte machen können, wäre Griselia und dieses Rüstungs-Mewtwo. Die habe ich aber noch nicht gepusht und noch keine zweite Attacke. Benni hat mir da Tipps gegeben, dass ich vielleicht mit Tornupto, Impergator und dem Sumpex schön alles abgedeckt habe. Und schön effektive Sachen habe gegen alles andere. Wir wollen es jetzt aber erstmal weiter probieren mit unserem eingefleischten Team aus Giratina, Lapras und Machomai. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Wie gesagt, in der ersten Folge 14 Kämpfe hintereinander gewonnen. Dann einen verloren, da habe ich aufgehört. Diesmal wird es, glaube ich, so sein. Ich verliere einen, ich verliere den nächsten, ich verliere den übernächsten. Und Garados ist auf jeden Fall auch vom Typ Drache. Ist sehr effektiv gegen mich. Ich leide nicht sehr effektiv gegen ihn. Meine Drachenklaue könnte ihn trotzdem tödlich verletzen. Wir gucken mal, ob das reinhaut. Zack! Ist nicht so krass. Aber das Giratina lädt wenigstens schnell auf. Und wir haben das nächste, die nächste Drachenklaue. Ah, Lust mitzumachen. Was wollen die da? Müssen die denn jetzt in der Go Battle League schreiben? Da geht es bestimmt wieder um irgendwelche musikalischen Sachen. Jetzt muss ich mein Schild verbrauchen. Da ist er natürlich wieder im Vorteil. Das hätte mich trotzdem hart getroffen. Ich hoffe, ich kann den Nina knüppeln und meine Attacke mitnehmen. Dass er nicht nochmal seine Windhose einsetzt. Und vielleicht beim nächsten jetzt direkt Schattenstoß drauf. Was auch immer er reinholt. So, das Giratina ist auf jeden Fall gleich weg. Das Lapras steckt viel ein. Das ist sehr gut. Jetzt holen wir das Lapras natürlich rein. Maromai wäre eigentlich auch ganz cool. Weil der ja auch Steinhagel beherrscht. Gegen das fliegende Drachen-Pokémon. Wir sind immer noch sehr effektiv. Nein, sind wir nicht. Trotzdem hält Lapras immer noch einiges aus. Also mal gucken. Ich glaube aber, wenn der Erdbeben hat, dann haben wir auch wieder die Arschkarte. Würde es sich jetzt lohnen, Maromai reinzuholen? Vielleicht. Ich mach's mal. Ich hol mal Maromai. Er hat ja gewechselt. Er kann nicht nochmal wechseln. Ich denke mal. Obwohl. Ich glaube, Maromai bei Erdbeben hat er auch Probleme. Ich hoffe, der hat nur Aquahobitze und keinen Erdbeben. Dann hätte ich das Lapras gar nicht auswechseln müssen. Dann hätte ich's ruhig drin lassen können. Wir hauen aber mal. Oh ja, komm hier an mit deinem komischen. Er macht halt einfach irgendwas. Solange er kein Erdbeben hat, passt das Aquahobitze. Das hätte dem Lapras halt nicht so viel ausgemacht. Aber ihm hier. Der Adi muss immerzu an meiner Wand hier rum machen. Das vibriert die ganze Zeit. Ihr denkt, ihr seid auf dem Klo und habt Blähungen, weil's alles unter euch. Adi! Sieht man das? Jetzt sind wir bestimmt tot. Jetzt klettert er auch noch da hoch. Im Endeffekt fällt er gleich wieder um mit der ganzen Wand und dann ist der Spaß vorbei. Jetzt müsste das Lapras wieder reinkommen. Was will er denn machen? Will er wechseln oder was? Wenn er jetzt wechselt auf seinen Drachen, dann ist eh vorbei. Ich hoffe mal, das ist auch nur Aquahobitze und nicht plötzlich Erdbeben. Das dürfte also noch funktionieren. Er hat kein Schild mehr. Ich hab kein Schild mehr. Was ist denn jetzt? Ach, diese dreckigen Facebook-Nachrichten immer du. Er hat... Ist die Zeit um gewesen? Hat er aufgegeben? Ich weiß es nicht. Seht euch Adi an, was der da oben macht. Adi, was tust du da? Wir haben trotzdem gewonnen. Erstaunt mich. Ich werde das Team also beibehalten und genauso weitermachen. In der Hoffnung, dass das was bringt. Vielleicht schaffen wir ja trotzdem mal auf Rang 7 eine Belohnung. Obwohl... Geronimatz gibt es ja trotzdem erst bei Rang 8. Was nützt mir jetzt Rang 7 eigentlich nichts? Oh, jetzt. Jetzt wird es heftig. Es ist sehr effektiv. Ich bin natürlich nicht sehr effektiv. Ich kann aber zuerst meinen Move machen. Das müsste ihn jetzt doch aber trotzdem treffen. Ansonsten nehmen wir Eis. Wenn wir aber wechseln, kann er wieder wechseln und nimmt was anderes rein. Ich bin mal gespannt. Ich versuche einfach mal trotzdem seine Schilde rauszulocken. Die müssten eher draußen sein als meine. Wenn er weiter genauso abwehrt und das einsetzt, wie ich es gerade tue. Ich habe zwar weniger Energie. Aber wenn beide Schilde wechseln, habe ich trotzdem einen kleinen Vorteil erst mal. Wir können das ja nochmal drin lassen. Nehmen schnell unser Labras. Jetzt ist er erstmal überrascht. Weiß nicht, was los ist. Das dürfte... Wenn er nochmal Knirscher macht. Wir lassen es durch. So. Knirscher. Ist nicht so krass. Wir machen aber Schaden. Ja, er wechselt. Alles klar. Er wechselt auf Machomai. Jetzt kann ich natürlich nicht wechseln. Hätte ich jetzt mein Machomai wenigstens, wäre alles gut. Das sage ich immer. Wenn ihr zuerst wechselt, habt ihr eigentlich schon den Nachteil. Der andere kann sich immer genau auf euer Pokémon einstellen. Also. Boom. Und er hat nicht abgewehrt. Es hat ihn einfach heftig getroffen. Es bringt mir in dem Sinne jetzt aber nichts, wenn ich das abwehre. Wir lassen das einfach mal durch. Nehmen unser Machomai gegen sein Machomai. Er hat ja eh keine Schilde mehr. Vielleicht haben wir da einen kleinen Vorteil, dass wir ihn zuerst weghauen. Genau. Ein Schild noch haben. Den Rest vom Giratina noch haben. Er nimmt das Regierahmen. Wir machen Steinhagel. Ich denke immer, wenn es fliegt, dann kann man auch einen Stein draufwerfen. So. Steinhagel. Zack. Sehr effektiv. Und was hat er als drittes und letztes? Ein Labras. Das heißt, wir sind sehr effektiv. Wir hätten jetzt Kampf nehmen können. Wir nehmen aber direkt mal Steinhagel, weil wir wollen nicht warten, bis Kampf voll ist. Wir hauen hier drauf. Wir haben auch noch das Giratina. Wir haben auch noch ein Schild. Also es sieht sehr gut aus für uns. Zack. Schafft er es überhaupt, eine Attacke zu machen? Der ganze Bildschirm freest einfach ein. Gut. Er hat uns noch umgebracht. Wir kommen rein. Es macht eine Attacke. Ich kann noch abwehren. Hätte ich jetzt keine Attacke mehr gehabt, wäre ich wahrscheinlich auch tot gewesen. Und ich hoffe, er hat jetzt nicht einfach nur gefarmt und macht noch eine. Nein, er ist down. Erstmal auf den dicken Bauch gehauen. Er ist down. Wunderbar. Noch ein Kampf. Dann haben wir wenigstens die Pokémon-Belohnung schon freigeschalten. So. Das heißt, ich nehme das Team trotzdem weiter. Ich finde das Team eigentlich lässig. 2.025. Na, das sieht doch gut aus. Bester Rang ever. Giratina gegen Giratina. Wenn ich Glück habe, darf ich sogar zuerst meine Attacke machen. Gucken wir mal, wie es abzieht. Der hat... Nein! Er hat natürlich Drachenklaue. Ja, wir lassen es mal durchgehen. Vielleicht lässt er es ja auch durchgehen. Und dann ist das wieder so ein LKW. Kopf an Kopf rennen und Kräfte zehren. Vielleicht hat er hier auch nicht einfach fabelhaft gemacht. Aber ich, und dadurch habe ich gleich einen Vorteil. Ne, sieht nicht so aus. Egal. Ich bin schon gelb. Er ist nicht gelb. Das heißt, ich wäre jetzt wenigstens einmal ab. Er wäre bestimmt auch ab. Wenn ich jetzt mache, dann sind wir fast beide gleich. Die zwei Giratinas sind dann tot. Theoretisch hätte ich jetzt auch auf Schattenstoß gehen können. Damit hätte er nicht gerechnet. Und die Zeit hätte bestimmt ausgereicht, den reinzuholen. So, jetzt wechsle ich aber ganz schnell mal auf das Slabras. Denn dann wechselt er bestimmt auch. Aber ich habe den Vorteil wieder rausgeholt. Das lassen wir mal. Gucken wir mal, was er jetzt macht. Wieder sein. Ne, diesmal Schattenstoß. Das macht aber im Prinzip gar nichts. Jetzt wechselt er natürlich. Und er hat ein Lucario. Verdammte Wurst. Jetzt greift er es auch noch an. Wie schnell greift er es denn an? Ich will wenigstens einmal meine Spezialertage machen, bevor ich mein Kampf-Pokémon gegen deinen Pokémon reinhole. Bruder. So. 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 Boom. Du hast abgewehrt. Das hast du aber schön gemacht. Ich kann leider nicht wechseln. Das heißt, er bringt mich jetzt um. Wenigstens macht er nochmal seine Attacke. Er hätte jetzt ja die Attacke auch farmen können. Hätte sie mitnehmen können in die nächste Begegnung. Aber er knallt jetzt seine Attacke rein. Und ich komme jetzt mit meinem Maromei zurück. Ich hoffe, das trifft ihn härter als mich. Nein! Ach, Mann, dieser Gräbel. Jetzt weiß ich, wieso unser PvP-Freund so viel mit Lucario macht. Aber er hat auf jeden Fall jetzt keine Schilde mehr. Wir gehen mal mit Steinhagel ran. Ich kenne sein drittes Pokémon noch nicht, ne? Er hat Giratina jetzt. Er hat Lucario. Aber das dritte habe ich noch nicht gesehen. Das heißt, wir müssen das weghauen. Noch ein Stück vom nächsten bearbeiten. Ach, Relaxo, komm. Ja, das dicke, fette Relaxo. Das macht mir jetzt den Gar aus. Also jetzt habe ich keine Chance mehr. Ich habe noch nie Relaxo genommen. Ich habe noch nie Relaxo in der Hyperliga benutzt. Das ist mir einfach nur ein Tank. Aber die Leute, naja, verbraucht man halt alles. Es dauert, bis es down ist. Es kann seine Attacken durchbringen. Das war es wahrscheinlich jetzt. Da kann ich gleich in die Tüte gucken, ne? Keine Schutzschilde mehr. Wunderbar. Erster Kampf verloren. Ist aber nicht schlimm. Wir haben noch zwei Versuche, einen Kampf zu gewinnen. Damit wir wenigstens die Pokémon-Belohnung mitnehmen können. Ich werde auch trotzdem das gleiche Team weiterhin nehmen. Weil ich schwöre darauf. Also immer, wenn ihr seht, dass irgendwo Eiver scharf steht, nehmt einfach das, was die Gegner nehmen. Wenn sie mich besiegen, dann wisst ihr ja, dass ihr Erfolg habt. Ah, die randaliert wieder. Pipi. Was nimmt man gegen Pipi? Eigentlich kein Giratina. Wir wechseln, sind wir gleich wieder im Nachteil. Aber vielleicht hat das Giratina jetzt eine Attacke voll. Wir probieren es mal mit Eis. Lass es drin, wechsel nicht. Lass es drin, wechsel nicht. Jetzt wechselt er auch noch. Und ich weiß wieder nicht, was er hat. Ich hasse das. Er kann sich doch auch mal was trauen, oder nicht? Uh, Dialga. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Weil wir machen doch trotzdem gut Schaden gegen Dialga. Wir hätten sogar fast... Komm, wir nehmen ein Schild. Ich will unbedingt meine Attacke noch durchboxen. Entweder mache ich ihn platt, oder er verbraucht sein Schild. Also... Wie gesagt, keine Ahnung, wieso er jetzt Dialga eingewechselt hat. Also... Ich will nicht sagen, das war jetzt nicht so schlau, aber ich hätte auf jeden Fall mehr zu tun gehabt mit Pipi als mit Dialga. Jetzt ist das auch noch tot. Hol mal deinen Pipi zurück. Ja, das ist geil. Jetzt müsste ich es nur noch schaffen, meine Attacke voll zu bekommen. Nicht... Gut. Es ist egal, was wir nehmen. Es ist alles schwach. Aber das Maromai braucht länger, um seine Attacken voll zu machen. Deswegen hätte ich jetzt lieber... Lieber das Giratina rein. Und versucht wenigstens seine Attacken... ...seine Schilde rauszulocken. Was aber halt... ...schwer ist. Er hat auch noch alle beide. Ich glaube, der hat absichtlich das Dialga einfach geopfert. Jetzt hat er auch noch sein blödes Togglekiss drin. Jetzt bräuchte ich eigentlich... Jetzt bräuchte ich eigentlich das Maromai mit Steinhagel. Weil das Togglekiss, das fliegt ja wieder dumm in der Gegend rum, wie ihr seht. Problem ist, wenn ich jetzt natürlich hier so kämpfe... ...und er haut nur normal drauf, weil er so viele Schilde hat... ...dann nimmt er schön die ganze Energie mit... ...hat dann wieder zehnmal seine Attacke voll... ...und dann komme ich nicht dazu, beim Maromai meine Attacke zu machen... ...weil er mit dem Togglekiss einfach 20 Attacken von sich macht. Er hat auch noch ein Schild übrig. Ich natürlich nicht. Er macht auch schon seine Attacke. Ja, die liegt wieder auf dem Schrank rum und gähnt. So, Antikkraft. Das hat mich jetzt überrascht. Ich dachte mit was anderem. Also, ich habe mit was anderem gerechnet. Steinhagel ist zuerst voll, deswegen nehmen wir auch den. Aber er hat ja trotzdem immer noch ein Schild. Er wird schilden und dann... ...wird er mir den Gnadenstoß geben. Den zweiten kam also auch versaut. Zwei gewonnen, zwei verloren. Es kommt also die dritte entscheidende Schlacht. Ob wir es wenigstens noch schaffen, eine Pokémon-Belohnung auf Rang 7 zu bekommen. 20 Minuten aufgenommen. Wir müssten theoretisch auch keine volle Stunde aufnehmen. Wir können ja ein kurzes Video noch machen. Als Info, dass die Go-Battle-League zurück ist, um mal ein Fünfer-Set zu spielen. Um euch das so zu zeigen, wenn das Video wieder eine Stunde geht. Ich glaube, da haben die meisten Leute gar keinen Bock dazu, so lange und so viel zu gucken. Man hat trotzdem mal einen kleinen Einblick bekommen. Oh, das ist schön. Relaxo. Da kann ich doch jetzt, wenn ich schlau bin, natürlich meinen Maromai reinholen. So, er schildert nicht, aber ich komme mit Kampf. Vor allem, er hat auch einen Blitzer. Blitzer dürfte nicht so krass gegen mich sein. Egal, was ich nehme. Hoffe ich. Body Slam. Den nächsten würde ich auf jeden Fall abwehren. Wir hauen mal drauf. Wir machen auch mal Wuchtschlag drauf. Vielleicht schildert er ja nicht. Er hat ja eben auch nicht geschildert, weil er weiß. Sein Fettkloß, der hält eh viel aus. Und er schildert nicht. Er nimmt zwei Schilde mit. Er holt seinen Simsalar rein. Okay. Simsalar, Simsalar, was machen wir? Nehmen wir mal Labras gegen das Simsalar. Weil ich glaube, gegen Giratina hat das vielleicht auch gute Chancen. Also mehr als gegen das Labras. Wir schilden mal, weil wir wollen mit dem Labras jetzt ihm die Sachen noch rausloggen. Mit dem Giratina wäre es zwar schneller gegangen. Spukball. Gut, er hätte voll das Giratina getroffen. Ist also gar nicht so schlimm. Dass wir das Labras genommen haben. Ist, denke ich mal, die bessere Wahl gewesen. Ah! Erschreckt mich doch nicht so. Hat's abgewehrt. Kein Problem. Wenn er nochmal abwehrt, ist das auch kein Problem. Er macht seine Attacke. Ich schilde. Ich glaube, das ist jetzt ein sicheres Ding. Ich schilde, bis er voll hat. Ist er bestimmt schon wieder tot. Wenn er meins schildet, hat er kein Schild mehr. Und dann ist das Blitzer übrig gegen das Giratina. Und da ist das Giratina, glaube ich, etwas im Vorteil. Aber er schildet da nicht. Er nimmt sein letztes Schild fürs Blitzer. Er macht jetzt eine Attacke. Die kann ich zwar nicht abwehren. Das dürfte mich effektiv treffen. Aber mit dem Giratina, das lädt ja schnell auf. Und kann schnell seine Drachenklaue durchbringen. Da könnte der dem eigentlich noch was mitgeben. Aber der hat immer noch sein Schild. Ich nehme alles zurück. Es ist keine sichere Sache. Ich glaube, wenn der mich jetzt trifft, ist es vorbei. Das Giratina sieht zwar ganz locker flockig aus. Aber wenn der einmal voll hat, im Endeffekt macht er gleich zwei hintereinander. Ich weiß es nicht. Ich muss mich überraschen lassen, wie viel das jetzt abzieht. Donner. Hm. Und wir machen Drachenklaue. Er kann es auf jeden Fall nicht mehr abwehren. Und kriegt... Ah, fehlt noch ein Stück. Aber ich müsste einen weiteren Donner überleben. Es kommt aber keiner mehr. Perfekt. So macht man das. So gewinnt man ein Set. Mit zwei von... Äh, mit drei von fünf Kämpfen. 154 von 200 habe ich jetzt. So. Bin ich mal gespannt. Holen wir hier eine Beere ab. Eine TM und eine Pokémon-Belohnung. Es ist ein... Flunschlig. Achso, stimmt. Das war ja einmal garantiert. Ach komm. Gönnen wir uns den Spaß. Das ist ja jetzt gar nicht spannend gewesen. Ja, Flunschlig. Garantiert. Ich wollte ja sehen, was es mir per Zufallsgenerator hinschmeißt. Aber nochmal ein Fünfer-Set machen. Es geht jetzt 23 Minuten. Jetzt kommt das auch noch raus. Da wäre bei einem Live-Chat echt gefragt. Will jemand, dass ich noch ein Fünfer-Set mache und gucke, was ich dann bekomme, wenn ich nochmal fünf schaffen würde. Aber ich glaube, im Gegensatz zum letzten Mal, wo wir eine Stunde Video gemacht haben, machen wir nach dem Fünfer-Set Schluss. Könnt ihr immer drunter schreiben, welchen Rang ihr gerade habt. Was ihr so auf eurem Rang bekommt für Belohnungen. Ob ihr das cool findet, dass die GBL zurück ist. Was ihr zu den veränderten Belohnungen sagt. Vor allem, dass die Starter natürlich raus sind. Finde ich eigentlich mega. Alter, was ist denn mit ihm? Und dann tanzt es auch noch so komisch. Ich muss nämlich heute noch ein paar andere Sachen machen, noch ein paar andere Sachen aufnehmen. Deswegen möchte ich mich jetzt nicht so lange daran... Er kann eh nicht fliehen, ja? Es ist zwecklos. Na gut, wenn man so schießt wie ich, also... Hui, und ich schaff's nicht, den auch mal vernünftig zu treffen. Keine Ahnung. Eins, zwei, drei. Hey, er ist natürlich drin. Wir bewerten ihn mal, wenn das jetzt kein Hunderter ist. Ich sage dir. Und es ist ein... 10, 15, 13. Okay. Wir können noch die Rangbelohnung abholen. Zack. Boah, Digga, was geht? Rang 8 mit einmal von... Und ich sage noch, wer weiß, ob ich es überhaupt schaffe, auf Rang 8 wieder zu kommen. Ich glaube, Rang 8 mache ich aber trotzdem dann extra Video und gucke, was es da gibt. Das angebliche einmal garantiert Geronimatz. Ob wir das schaffen, erfahrt ihr in einem extra Video, da nehme ich auch nochmal was auf. Das war es aber erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Da war der Adi schon wieder. Peace out, vorhaut, euer Ramses.